Versucht nicht dasselbe zu sagen wie ich, Fußball Edition. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr euch geschlagen habt. Als erstes nennt ihr mir einen Innenverteidiger aus der ganzen Welt. Egal wen. Kann irgendwer sein. Gibt genug. Wenn ihr euch für Kai Udo Udo Kai entschieden habt, dann seid ihr jetzt draußen. Als zweites müsst ihr mir einen Mittelfeldspieler aus der Premier League nennen. Irgendeinen. Gibt genug. Wenn ihr euch für Rotri entschieden habt, dann seid ihr jetzt draußen. Als drittes müsst ihr mir einen Spieler nennen, der jemals den Ballon d'Or gewonnen hat. Gibt einige, aber das Feld ist nicht so groß. Wenn ihr euch für Luka Modric entschieden habt, dann seid ihr jetzt draußen. Als viertes müsst ihr mir einen aktuellen Verteidiger von Bayer Leverkusen nennen. Irgendeinen. Wenn ihr euch für Jona Tantar entschieden habt, dann seid ihr jetzt draußen. Als letztes müsst ihr mir noch einen aktuellen Torwart von Bayern München nennen. Also irgendeiner, der diese Saison schon mal im Kader gestanden hat. Wenn ihr euch für Sven Ulreich entschieden habt, dann seid ihr jetzt draußen.